Ich sage es nochmal, weil es hört sich immer gut an, ein deutscher Vizemeister. Ich bin unheimlich stolz, dass ich behaupten kann, dass ich Trainer bei dieser tolle Mannschaft war. Ich bin sehr stolz auf jeden einzelnen Spieler, bin sehr, sehr glücklich, dass ich mich glücklich, dass der Trainer von dieser deutschen Vizemeister-Mannschaft Larry Mitchell heißt. Einfach nur geil hier oben, einfach nur geil. Die Fans sind hier unten Wahnsinn, das ist einfach nur ein geiles Gefühl. Das hier ist absolut unglaublich, das beste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Junker in Richtung Flankhofe. Man sieht selten, dass der Vizepokal so präsentiert wird. Es waren so viele Momente, aber es sind Momente, was ich nicht so schnell vergessen werde. Ich bin sehr glücklich, dass der Vizepokal so präsentiert wird. Ich bin sehr glücklich, dass der Vizepokal so präsentiert wird. Ich bin sehr glücklich, dass der Vizepokal so präsentiert wird.